Die Isoliertechnik GmbH mit Sitz in Oberhausen ist Ihr kompetenter Partner in den Bereichen Blechwurfertigung und Industrieisolierung. Dabei realisiert das hochqualifizierte Team komplexe Projekte und individuelle Sonderlösungen für seine internationalen Kunden. Angefangen bei der Planung und Konstruktion von Kunden- und projektspezifischen Lösungen, umfasst das Leistungsspektrum Industrieisolierungen für Wärme- und Kältedämmung, Schall- und Brandschutz. Die Herstellung der Blechverkleidungen für Rohrleitungen, Behälter und Armaturen in Industrieanlagen wird in der eigenen Zentralwerkstatt durch qualifizierte und erfahrene Fachkräfte ausgeführt. Hier kommt ein großer Maschinenpark, einschließlich 6 Meter Abkantbank, bis hin zu computergesteuerten Blechbearbeitungsmaschinen zum Einsatz. Eine große Bedeutung haben zudem die in individueller Handarbeit zuverlässig und passgenau hergestellten Einzelstücke und Serienummantelungen. Darüber hinaus steht Ihnen das Team der Isoliertechnik GmbH auch bei der Logistik und bei der Installation der Isolierungen tatkräftig zur Seite.